Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Nudeln sind ja sehr beliebt und auch viele Kinder essen gerne Nudeln. Und heute bereite ich ein leckeres Mittagessen zu und zwar ein Nudelauflauf mit Hackfleisch ganz ohne Fix. Er ist einfach gemacht und richtig lecker und ich wünsche euch allen schon mal viel Spaß beim Nachmachen. Los geht's! In einer Schmorpfanne oder in einem Topf zwei Esslöffel Olivenöl erhitzen, dann 500 Gramm Hackfleisch hinzufügen, vorzugsweise Rindergehacktes oder halb und halb und das Hackfleisch dann krümelig braten. Zwei Schalotten schälen, kalt abspülen, fein haken und zum Hackfleisch geben. Zwei Möhren schälen, waschen und in kleine Würfel schneiden und dann auch noch zwei Stangen Staudensellerie putzen, waschen und fein würfeln und das Gemüse dann kurz mit dem Hackfleisch zusammen anbraten. Dann zwei Esslöffel Tomatenmark einrühren und circa drei Minuten lang mit rösten lassen. Mein Tomatenmark ist mit Basilikum, aber es gibt ja verschiedene Sorten und die ganze Küche riecht nach diesem ganz tollen Röstaromen. Dann 150 Milliliter trockenen Rotwein hinzufügen und reduzieren lassen. Ich habe zum Beispiel ein Chianti Classico und wenn Kinder mit essen, den Wein einfach weglassen. Ich finde, diesen Geschmack kann man nicht ersetzen. Ich weiß aber, dass viele entweder Traubensaft nehmen oder Balsamico-Essig. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir einfach in den Kommentaren. Jetzt noch 425 Milliliter passierte Tomaten. Meine sind zum Beispiel mit Basilikum und circa 200 Milliliter Wasser oder Brühe einrühren. Dann etwas Chili, Salz und Pfeffer hinzufügen. Ich habe zum Beispiel getrockneten Chili. Man kann aber auch eine rote Chilischote längs einschneiden, entkehren, waschen und feinhaken und dann hinzufügen. Und wenn Kinder mit essen, würde ich den Chili ganz weglassen. Ich lasse dann meine Soße einfach zugedeckt auf kleiner Flamme. Circa eine Stunde vor sich hin köcheln. Je länger, desto besser. Man kann sie auch wunderbar am Vortag zubereiten und über Nacht ziehen lassen. Am nächsten Tag schmeckt sie dann noch besser. Dann füge ich noch einen Teelöffel getrockneten Oregano und etwas Basilikum hinzu und schalte die Kochplatte aus. Inzwischen 400 Gramm Penne oder andere Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung kochen, gut abtropfen lassen und in eine Auflaufform geben. Die Hackfleischsoße, falls nötig, nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf die Nudeln geben. Die Soße und die Nudeln dann gut mischen und 250 Gramm Mozzarella, das sind genau zwei Kugeln, zerzupfen oder in Scheiben schneiden und dann über die Pasta verteilen. Den Nudelauflauf im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 180 Grad Umluft circa 20 Minuten backen. Ja und das war's auch schon, das war mein Video für heute. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da und abonniert auch meinen Kanal. Und ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage auch schon mal Tschüss, bis dann!